Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir den Bot dazu bringen, dass er uns persönliche Nachrichten schreibt, also unseren Discord-Bot, der uns dann eben eine PN schreibt. Das geht relativ einfach, dazu wechsle ich mal wieder zum Tutorial-Bot und nicht mehr zum Roulette-Bot und wechsle auch hier mal wieder zum, weil der Roulette-Bot ist ja jetzt im Endeffekt erstmal fertig. Und genau, wir wollen hier, dass wenn wir eine Nachricht schreiben, die zum Beispiel Hello-Bot heißt, dass uns der Bot in einer PN antwortet. Das machen wir einfach hier unten drunter und sagen Avaid. So und jetzt haben wir hier relativ einfach die Möglichkeit zu sagen, hey wir wollen auf den Autor zugreifen. Das haben wir schon mal gemacht und wir haben auch rausgefunden, was dabei rauskommt. Nämlich einfach im Endeffekt, in meinem Fall, gut, das ist nicht nur ein String, ja, das ist die, beziehungsweise es ist ein voller User. Das heißt, der User hat noch deutlich mehr Möglichkeiten. Und wenn wir hier uns das mal ausgeben lassen, ich mache das nochmal ganz kurz hier, Print, da müssen wir den String draus bilden. Dann können wir uns hier den User ausgeben. Geh weg. Okay. Wir müssen jetzt ganz kurz immer warten, bis das Ding sich eingeloggt hat. So und jetzt gehen wir mal wieder in General rein und gucken mal hier, hallo, achso, Sekunde, ich muss Hello-Bot schreiben, ne? Hello-Bot. Okay. Und er antwortet mir natürlich ganz brav und jetzt sehen wir hier Morpheus, Hashtag 9581. Das ist sowohl der Username, das ist das da vorne, als auch der Tag hintendran mit einem Hashtag getrennt. Ja. Jetzt können wir aber unserem User natürlich auch eine Nachricht schicken und zwar eine direkte Nachricht. Das heißt, wenn wir diesen Autor hier nicht in einen String konvertieren, dann können wir darauf die Funktion aufrufen, die die Klasse User im Endeffekt uns zur Verfügung stellt. Und eine davon ist die Send-Methode, wie im Endeffekt bei einem Channel auch. Hier können wir sagen, hey, ich würde jetzt ganz gerne hier irgendwas hinsenden. Du hast mich kontaktiert. Was gibt's? Okay. So und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ist eigentlich relativ simpel. Wir müssen nur wieder Hello-Bot in unseren Chat reinschreiben. Ähm, wo ist denn, da ist der Squad. So und wir schreiben das da rein. Und dann sehen wir hier, ah, okay, wir haben eine Nachricht vom Tutorial-Bot. Wir klicken da mal drauf und dann steht hier, du hast mich kontaktiert, was gibt's? Ja, relativ spaßig eigentlich und super simpel, wenn man es genau nimmt. Denn wir haben im Endeffekt einfach nur den Channel, also wir haben nicht mehr in den Channel reingeschickt, wenn wir uns nochmal den Code angucken. Wir haben nicht mehr in den Channel reingeschickt, was wir hier gemacht haben, sondern wir haben einfach dem Autor die Nachricht gesendet. Ja, ähm, relativ simpel. Das Problem ist, man kann natürlich noch deutlich mehr machen, als nur einfache Nachrichten senden. Ich kann nämlich hier auch hingehen und Sachen machen, wie Text-to-Speech auf True zu setzen. Okay. Und jetzt wird's ein bisschen faszinierend, denn wir können hier tatsächlich Text-to-Speech-Nachrichten verschicken, wenn ich denn mein Bot gestartet bekomme. So. Ähm, wir schreiben nochmal kurz Hello-Bot in unseren Tutorial-Server rein. Wobei wir können eben eigentlich auch hier Hello-Bot schreiben. Hello-Bot, ist völlig egal. Und ja, jetzt sehen wir hier, dass das zum Beispiel nicht funktioniert hat. Das heißt, es funktioniert einfach nicht alles. Ähm, manchmal funktioniert sowas, also Text-to-Speech oder so, manchmal eben leider nicht. Ähm, was in diesem Fall natürlich daran liegt, dass wir hier einen Text-Channel genommen haben und keinen Voice-Channel. Wenn wir das mit einem Voice-Channel machen würden, dann müssten wir natürlich Text-to-Speech auf True setzen. Und, ähm, ja, dann würde quasi der Bot da rein sprechen. Also quasi, ähm, ja, ist dann quasi für die Voice-Channel gedacht. Okay. Ähm, wir können allerdings natürlich auch noch Dateien mitschicken. Also indem wir hier quasi über File angeben, wo unsere Dateien liegen. Und wir können sogar ein Delete, Delete After angeben. Ähm, und das ist im Endeffekt ein, ähm, ein Float, wo wir angeben können, wie viele Sekunden man warten soll, bis die Nachricht wieder gelöscht wird. So, ähm, jetzt warten wir hier mal 3,1 Sekunden, damit wir hier sehen können, dass da auch was passiert. Und starten, wir sind eingeloggt, wunderbar. Und sagen wieder Hello Bot. So, und jetzt sehen wir hier, okay, die Nachricht ist da. Und die Nachricht ist weg. Ähm, das heißt, wir sehen hier, dass Delete Feature funktioniert wunderbar. Ähm, und ja, das ist im Endeffekt auch alles, was man hier jetzt machen kann. Also wie gesagt, man kann hier eben schon noch mehr machen, als nur einfach Nachrichten zu versenden. Ja, cool eigentlich soweit. Ähm, und das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.